Also, was wissen Sie noch über den Tod Ihrer Eltern? Ein Autounfall. Ich war 14. Danach hatten Sie ein Autoritätsproblem. Sie wurden aus drei Internaten rausgeworfen. Reden wir über den Tag am Strand. Katrina, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Was ist passiert? Katrina! Mitch! Danach haben Sie alles aufgegeben. Oder Mitch? Nein, nicht alles. Was war Ihr Plan? Man so zu töten und so seine Terrorzelle auszulöschen? Für den Anfang, ja. Mir gefällt, was Sie wollen. Ich weiß genau, wie ich Ihnen helfen kann. Was muss ich über den Kerl wissen? Er ist ein Krieger. Ich kenne keinen besseren. Dir ist was Schlimmes passiert. Und jetzt willst du die bösen Terroristen töten. Und du glaubst, das befähigt dich, in meine Auswahl zu kommen? Wenn wir kämpfen, Sie und ich, Mann gegen Mann, werden Sie schon nach 20 Sekunden wissen, ob ich Ihr Auswahlverfahren überstehe. Und? Einverstanden? Töte mich. Ihr glaubt, so könnte man jemandem die Kehle durchschneiden? Nur im Film. Was glaubst du tun wir hier? Menschen töten, die es verdient haben. Da draußen seid ihr Geiste. Ihr existiert nicht. Er ist bereit, Stan. Nein, ist er nicht. Aber er wird es sein. Es geht nach. Es geht nach. Ich binpasst. Wir machen. Wir machen. Und wenn der Kahlлетuer... Untertitelung des ZDF, 2020